Hey, willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich über einen der größten Fehler sprechen, den viele Männer beim Ansprechen machen, den ich immer wieder beobachte bei Coaching-Internehmern, gerade bei neuen Coaching-Internehmern oder auch bei Leuten, die ein bisschen frustriert sind, was dieses ganze Dating-Thema angeht. Was ich natürlich nachvollziehen kann, wenn du von einem Punkt kommst, an dem nichts funktioniert, dann ist man natürlich frustriert und dann ist man vielleicht auch frustriert, wenn es am Anfang ein bisschen länger dauert, bis es funktioniert. Aber auch das ist natürlich ganz normal, wie bei allen anderen Sachen im Leben, wirst du etwas erst ein paar Mal machen müssen, bevor du besser wirst darin. Gerade was das Frauenansprechen angeht, ist es natürlich richtig, dass es eine der schwierigsten Sachen, die du machen kannst, eine der Sachen, die dich am meisten Überwindung kosten wird von allen Sachen, die du vermutlich jemals in deinem Leben gemacht hast. Und deswegen ist es ganz normal, dass es da eine ganz natürliche, wie bei allen Dingen im Leben, Lernkurve gibt, eine Entwicklungskurve, wo du am Anfang sehr nervös sein wirst und viele Verhaspler haben wirst, viele Fehler machen wirst, dich sehr unwohl fühlen wirst im Gespräch. Das wird sich natürlich dann auch auf die Frau übertragen und tendenziell nicht dazu führen, dass sie sagt, hey, ja, super, den will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Aber einer der problematischsten Punkte, den ich immer wieder beobachte und der auch so ein bisschen durch diese ganze gesellschaftliche Diskussion angeheizt wird, die wir momentan haben. Ich habe aktuell das Gefühl, du kannst mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob dir das auch so vorkommt, dass wir so eine sehr große Frauen-gegen-Männer-Geschichte haben. Irgendwie sind alle Frauen gerade gegen Männer, ah, die bösen Männer hier und da, die machen nur Quatsch, man kann denen nichts mehr anfangen, wo sind die richtigen Männer hin, toxische Maskulinität und von der Männerseite aus passiert das Gleiche gegenüber den Frauen. Ah, Frauen überall, Riesenansprüche kann man überhaupt nicht mehr gebrauchen, Frauen sind alle chaotisch, Frauen sind alle komplett unzuverlässig und natürlich sind Frauen teilweise unzuverlässig. Aber Männer eben auch, das machen beide Geschlechter, da nehmen sich beide Geschlechter nicht besonders viel. Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass das Dating mit Online-Dating nicht unbedingt besser geworden ist. Dazu werde ich auch mal ein separates Video machen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht funktioniert, vor allem, wenn du in der Lage bist, im Alltag Frauen kennenzulernen. Aber was ist jetzt der große Fehler, den viele Männer machen, wenn sie Frauen ansprechen und den ich auch immer wieder bei gerade neuen Coaching-Teilnehmern beobachte? Also deine ersten Sachen, die du niemals machen solltest, ist, wenn eine Frau dir zum Beispiel sagt, sie hat einen Freund oder die irgendeine andere Erklärung gibt, warum sie keine Lust hat, kein Interesse hat mit dir weiter zu sprechen oder vielleicht noch die Nummern auszutauschen oder auf einen Sofortdate zu gehen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist anzufangen, mit der Frau zu diskutieren oder sie doch irgendwie überzeugen zu wollen. Oder, und das machen auch manche Männer und manche Coaches, empfehlen dir das sogar, auf eine sehr negative Art und Weise anzufangen, mit den Frauen zu diskutieren. Du musst immer verstehen, dass, wenn du das Gespräch negativ verlässt, dann magst du dir vielleicht denken, ja, okay, ich gebe der Frau jetzt noch einen mit und das betrifft mich danach ja gar nicht mehr. Nur das Problem ist, wenn du weiterhin vorhast, Frauen kennenzulernen, wenn du dann quasi die nächste Frau, die dir auch wieder auffällt, ansprechen möchtest, dann hilft es dir einfach nicht, wenn du das Ganze negativ verlässt, sondern das hilft dir immer und das ist so eine kleine Gewohnheit, die man aufbauen muss, die aber über die Zeit sehr viel sozusagen zurück auszahlt, wie ein Investment, wie ein positives Investment, Stichwort positive Aufwärtsspirale, wenn du jedes Gespräch positiv verlässt. Und das Schöne daran ist, dass du auch viel positives Feedback von den Frauen bekommen wirst, im Sinne von, hey, cool, dass du es gemacht hast, mach es gerne weiter, finde ich cool, dass gerade in der heutigen Zeit Männer sich überhaupt nicht trauen, Frauen anzusprechen, wo sowieso jeder auf Online-Dating-Plattformen unterwegs ist, aber auch jeder frustriert ist vom Online-Dating, sowohl die Männer als auch die Frauen, die Zahlen zeigen es und die Nutzung von Online-Dating geht auch immer mehr zurück, was wieder deine Möglichkeit ist, wenn du in der Lage bist, Frauen im Alter kennenzulernen, wirklich viel Erfolg zu haben, wenn du diesen einen Fehler eben nicht machst. Du zahlst oder du dienst dir selbst und allen anderen Männern und allen Frauen ebenfalls am meisten damit, wenn du jedes Gespräch versuchst, positiv abzuschließen. Mir ist klar, dass es frustrierend sein kann, wenn es nicht funktioniert. Mir ist klar, dass wenn du heute schon vielleicht die zweite Frau oder dritte Frau angesprochen hast und nichts funktioniert, du dir denkst, okay, das ist jetzt ziemlich hart, das ist ziemlich rough, aber auch das gehört dazu. Der Umgang mit diesen Zurückweisungsemotionen gehört eben auch zum Game, zum ganzen Spiel dazu und du wirst dich auf Dauer psychisch am meisten stärken, wenn du Gespräche positiv verlässt, wenn du positiv bleibst und wenn du auch im Nachgang mit zum Beispiel Freunden nicht negativ über solche Sachen sprichst. Auch das sehe ich immer wieder, auch das habe ich immer wieder in Coachings erlebt, wenn Teilnehmer dann zu mir kommen nach den Gesprächen und es hat nicht funktioniert und die sowas sagen wie so, ja, ich fand sie ja sowieso eigentlich nicht interessant, ah, die war eh blöd oder sowas. Das passiert sehr häufig und ist ja auch selbstverständlich, das ist ein gewisser Egoschutz, das ist ein gewisser Selbstwertschutz, der da als Taktik angewandt wird. Aber es bringt dir einfach nichts, weil es dich von deiner Laune, von deinem gesamten Mut runterzieht und dir dann im nächsten Gespräch wieder im Weg steht. Du fuckst die Frauen ab, du fuckst dich selber ab und ja, damit schadest du allen zukünftigen Männern, die jetzt vielleicht mit diesen Frauen flirten werden, aber du schadest auch dir selbst in der Zukunft und auch den Frauen, weil natürlich, wenn die Frauen ständig irgendwelchen Typen begegnen, die am Ende des Gesprächs, wenn sie sagen, sie haben kein Interesse, völlig abgefuckt sind, dann haben natürlich auch Frauen keine Lust mehr angesprochen zu werden. Das heißt, das ist nicht nur so, dass du dir selbst schadest, sondern du schadest der gesamten Crew, dem gesamten Team, sowohl den Frauen als auch den Männern. Komm zu einem positiven Abschluss, wenn du eine Frau angesprochen hast und mach dir danach auch immer klar, das ist ganz wichtig, das ist eine Sache, die ich immer wieder Anfängern mitgebe. Mach dir nach jedem Gespräch klar, dass es ein positiver Fortschritt war. Selbst wenn die Frau in den ersten Sekunden zu dir gesagt hat, hey, sorry, ich habe kein Interesse, dann ist es absolut unhilfreich, aus dem Gespräch rauszugehen und dir zu denken, ach man, es hat schon wieder nicht funktioniert. Was du tun solltest, ist dir quasi entweder im Kopf oder tatsächlich in einem echten Leben auf die Schulter zu klopfen und anzuerkennen in diesem Moment, hey, cool, ich bin wieder einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Und glaub mir, wenn ich dir sage, dass die Männer, die das so hinbekommen, die es schaffen, auch eine Ablehnung im Nachhinein positiv zu framen, die Männer sind, die auf Dauer erfolgreich werden, denn ansonsten kommst du eben nicht weit. Ansonsten schaffst du es gar nicht durch diese frühen Anfangsphasen, wo alles noch ein bisschen schwierig ist, wo die Ergebnisse teilweise auch noch ausbleiben. Du kommst nur durch diese Phase, wenn du dir selber positives Feedback gibst und du hast die Kontrolle darüber. Wir haben früher immer mal in der Psychologie so ein bisschen so ein lachendes Auge rübergeworfen auf solche Themen wie Selbstaffirmationen. Also Selbstaffirmationen sind diese klassischen Dinge, wie wenn du vor dem Spiegel stehst und dir sagst, ja, ich schaffe das, ich schaffe das. Aber viele Studienergebnisse haben gezeigt, dass Selbstaffirmationen tatsächlich funktionieren können und deswegen denken wir da heute ein bisschen anders drüber. Und natürlich sollst du dich jetzt nicht vor den Spiegel stellen und sagen, ey, ich schaffe das. Aber es geht eben darum, eine positive Kommunikation im Nachgang eines jeden Flirts anzuwenden. Und das gebe ich jedem meiner Teilnehmer, jedem der Anfänger vor allem mit. Und das ist auch die Rolle, die ich quasi als Coach dann in dem Moment erfülle. Und ich baue dich immer dahingehend auf, dass du am Ende des Tages nach unserer Zusammenarbeit dein eigener Coach bist. Das bedeutet eben auch, dass wenn du dann aus dem Gespräch rauskommst und es war vielleicht eine Ablehnung, vielleicht war es nicht so positiv, dass nicht ich dann als Coach neben dir stehen muss und dir sagen muss, hey, aber es war trotzdem gut, weil du bist wieder einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, sondern dass du das selber machst und sozusagen das Ganze positiv abschließt. Positiver Selbstdruck, positives Framing, Framing der Rahmen, also sozusagen, wie möchtest du es sehen, der Deutungsrahmen. Und das liegt immer bei dir. Es liegt bei dir, wie du eine Situation beurteilst. Es liegt bei dir, wie du eine Situation deutest und es dient dir einfach nicht, wenn du sie negativ wahrnimmst. Aber lass mich gerne mal deine Erfahrungen mit diesem Thema in den Kommentaren wissen. Wie war das bei dir? Hast du vielleicht schon mal eine Frau angesprochen? Vielleicht hast du es aber auch noch nie gemacht und hast vielleicht auch diesen negativen Selbstdruck in deinem Kopf, der dich davon abhält, das zu tun. Wenn das so sein sollte, kannst du mir gerne an die unten stehende E-Mail-Adresse in der Beschreibung eine Mail mit deiner Situationsbeschreibung schreiben. Was ist bei dir los? Was sind die Probleme? Was glaubst du, sind die Probleme? Dann machen wir einen kostenlosen Beratungstermin aus und wir gucken mal, ob ich dir da weiterhelfen kann. Ansonsten mein Buch, die Zeus-Methode, hinten im Hintergrund zu sehen, ist auch auf Amazon verfügbar, wenn du anfangen möchtest, dich in diese Richtung zu entwickeln. Wenn du auch lernen möchtest, Frauen im Alltag kennenzulernen, was meiner Meinung nach in Zukunft wieder die Hauptmethode sein wird, wie man Frauen kennenlernen kann, gerade im Vergleich zum Online-Lating, das immer weiter zurückgeht. Aber eine ganz wichtige Fähigkeit, die du in diesem Zusammenhang lernen musst, ist das positive Framing. Verlass nie ein Gespräch negativ. Ansonsten schadest du dir selbst und allen anderen, die in diesem gesamten Gebiet unterwegs sind.